Die Chroniken von Meridane Die Fede der Magier Von Marshall Ryan Moreska Es liest Sabine Arnold Erstes Kapitel Citrine Rainey trug eine Lüge zur Wache von Inamar. Es nagte an ihr, bei jedem Schritt über die Brücken in den Südteil der Stadt. Sobald sie den Fluss überquert hatte, würde es leichter, mit der Lüge durchzukommen. Die einzige Person, die die Wahrheit kannte, befand sich in Nord Meridane und kam fast nie auf diese Seite. Die Konstablerwache von Inamar lag am südlichen Ufer, doch sie hätte genauso gut in einer anderen Stadt sein können. Die Lüge würde bestehen. Es steckte genug Wahrheit darin, um sie glaubwürdig zu machen. Kalt und feucht fegte ein Windstoß an Citrine vorüber. Sie zog den Mantel enger um sich und beschleunigte ihre Schritte. Überholte einen Tretwagen, der am Straßenrand entlang rollte. An einer kleinen Felsnadel, die in der Flussmitte aufragte, teilte sich der Weg. Das Wasser unter der Brücke wimmelte von Segeln und Kähnen. Citrine bog auf die obere Brücke ab, die in das Stadtviertel Inamar führte, das Herz von Süd-Marodain. Citrine hasste Inamar. Sie hasste alles, was südlich des Flusses lag. Nicht, dass das irgendeine Rolle spielte, sie musste dorthin. Und wenn alles gut ging, würde sie morgen wieder zurückkommen und jeden weiteren Tag danach. Die Stufen am Ende der Brücke waren überfüllt. Die Luft hallte von lauten Rufen wieder, während die Menschen zur Straße hinuntergingen. Dutzende Stimmen, die billigen Schmuck anpriesen, von Heiligen, Salbaderten oder um Münzen bettelten. Zwei Zeitungsjungen konkurrierender Blätter überboten sich gegenseitig mit reißerischen Schlagzeilen. Citrine schob sich durch die Menschenmenge und bahnte sich den Weg hinab zur Straße. Dort wichst sie Pferdekutschen und Tretwagen aus, ohne auch nur einmal innezuhalten. Ihre Beine erinnerten sich von selbst an jeden Schritt. Grauer Stein dominierte Innemar. Grau und ohne eine Lücke drängten die Gebäude sich aneinander. In diesem Teil der Stadt wurde kein Zoll Raum vergeudet. Keine Spur von Grün war in diesem Viertel zu finden. Keine Bäume, die dem Fußgänger Schatten spendeten. Eisenzäune anstelle von Hecken an den Grundstücksgrenzen. Selbst das Unkraut zwischen den Pflastersteinen war plattgetrampelt und welk. Hey, hey, Waish-Mädchen, Waish-Mädchen! Citrine verzog das Gesicht. Sie wusste, dass sie gemeint war. Die meisten Leute hielten sie für eine Waish. Hier in Maradain vergaßen die Menschen leicht, dass rotes Haar auch in den nördlichen Erzherzogtümern von Druthel verbreitet war. Waish-Mädchen, ich red mit dir! Eine Hand griff nach ihrer Schulter. Keine verdammten Manieren in Innemar! Citrine wirbelte herum und schlug die unverschämten Finger beiseite. Sie gehörten einem jungen Mann mit scharfem Blick und Rattenzähnen. Er trug einen abgewetzten Mantel und eine Weste und grinste beunruhigend. Keine Waish, sagte Citrine, und kein Mädchen. Der junge Mann plapperte ungerührt weiter. Aber sie sind neue unten, kennen sich nicht aus, sind gerade erst über die Brücke gekommen. Hab ich recht? Sie brauchen einen Führer und einen Begleiter. Hab ich recht? Hast du nicht. Citrine hatte schon mehr Worte ausgesprochen, als sie mit jemandem auf der Straße hatte wechseln wollen. Sie drehte sich um und ging weiter. Schon gut, schon gut. Der junge Mann hielt mit ihr Schritt. Selbst wenn sie wissen, wo sie hinwollen, ist es doch immer gut für ein Mädchen wie sie, eine Dame wie sie, meine ich, jemanden dabei zu haben, nicht wahr? Keine Menge passieren hier auf den Straßen, wissen Sie? Weiß ich. Eben. Da haben Sie's, Fräulein. Der junge Mann hakte sich bei ihr unter, während er weitersprach. Also begleite ich sie. Weiter kam er nicht. Citrine drehte ihm den Arm auf den Rücken und hatte ihn im nächsten Moment zu Boden gerungen. Sie drückte sein Gesicht gegen das Pflaster. Ich weiß, wohin ich gehe, knurrte sie in sein Ohr. Er ächzte nur als Antwort. Citrine ließ ihn los und schritt rasch davon. Nur aus den Augenwinkeln warf sie einen Blick zurück und vergewisserte sich, dass der junge Mann ihr nicht folgte. Wahrscheinlich hatte er sich längst zurück zur Brücke getrollt, um einen anderen Neuankömmling zu belästigen. Sie schob sich weiter durch die Menge, die in Innemar bunt gemischt war. Die meisten waren Drossalia mit heller Haut und braunem oder blondem Haar, aber es gab auch ein paar Kiraner mit geölten Häuptern, Axarianer mit bronzefarbener Haut, sowie eine Handvoll weiterer exotischer Gesichte, die ihre Enklave im kleinen Osten zeitweilig verlassen hatten. Das Wachgebäude lag nur zwei Häuserblocks von der Brücke entfernt, eine kleine Festung aus Stein und Metall, welche die Märkte an der Kreuzung überragte. Das Gebäude musste uralt sein. Innemar war voll von Relikten, nicht nur von Bauwerken, sondern auch von menschlichen. Citrine schritt unter einem steinenden Torbogen hindurch, an dem zwei einfache Konstabler in Habachtstellung Wache hielten. Ihre dunkelgrünen und roten Mäntel waren frisch gebügelt und sauber und standen in scharfem Kontrast zum Grau und Rostbraun ihrer Umgebung. Die Konstabler nickten nur, als sie vorbeigingen. Warum sollten sie nicht? Sie war eine respektabel wirkende Frau, das Haar ordentlich zurückgebunden, das Gesicht sauber. Ihre Kleidung passte zu einer anständigen Bürgerin von Meridane, obwohl die lange Leinenhose und die dicke Bluse kaum als elegant durchging. Citrine betrat das Gebäude und gelangte in eine kleine Eingangshalle, wo ein hölzerner Empfangstresen sie von der überfüllten Arbeitsfläche der Beamten trennte. Uniformierte Konstabler saßen auf Bänken hinter dicht stehenden Schreibtischen oder drängten sich durch die engen Zwischenräume. Ein paar Männer waren einfache Konstabler, andere von höherem Dienstgrad. Eine Frau bahnte sich ihren Weg zum Tresen. Sie trug die Jacke eines Konstablers, aber Citrine bemerkte den entscheidenden Unterschied an ihrer Uniform. Sie trug einen Rock, der unterhalb des Knies endete. Das entsprach den Regeln des Anstands, doch es ließ sie eher wie ein Schulmädchen aussehen als wie eine Beamtin. »Kann ich Ihnen helfen, Gnäfrau?« Das Haar der Frau war so straff zurückgebunden, dass es zur Anspannung in ihrer Stimme passte. »Ich suche Hauptmann Cinelan,« erwiderte Citrine. »Zweiter Stock.« Die Frau wies auf einen schmalen Korridor links von ihr. »Die Abteilung der Inspektorin ist dort oben.« Jemand ließ einen Stapel Papiere vor der Frau auf den Tisch fallen und beanspruchte ihre Aufmerksamkeit. Citrine ging den Flur entlang und stieg die Stufen einer engen Wendeltreppe hinauf. Dabei ließ sie die Finger an der kühlen Wand entlang gleiten. Ihre Gedanken waren bei dem Brief, der sich so anfühlte, als wollte er ein Loch in ihrer Manteltasche brennen. Sie betrat einen weitläufigen Raum. Helles Sonnenlicht fiel durch die Fenster an der Ostwand. Die gegenüberliegende Wand war von Aktenschränken und Schiefertafeln gesäumt und Schreibtische standen großzügig im Raum verteilt. Über jedem hing eine Öllampe. Männer in den Westen der Wache arbeiteten an den Tischen, während eine Handvoll junger Burschen im Zimmer umherlief. Zwei Jungen rannten an Citrine vorüber und stürmten die Treppe hinab. Eine blonde Frau am nächstgelegenen Schreibtisch, die einzige Frau außer ihr selbst auf diesem Stockwerk, lächelte freundlich, als Citrine herankam. Vor denen muss man sich vorsehen. Schnelle Läufer, bemerkte Citrine. Die schnellsten, die wir haben. Hat man sie mit einer Anzeige heraufgeschickt? Eine Anzeige? Für einen der Inspektoren? Nein. Citrine holte tief Luft. Hier wurde die Lüge zu einem Gewicht, das auf ihrem Brustkorb lastete. Ich bin hier, um Hauptmann Cinneland zu sprechen. In Ordnung, sagte die Frau. Fräulein Nilla Peil, ihrem Messingabzeichen und dem fehlenden Ehearmband nachzuschließen. Ihr Name bitte? Raini.